mal gucken wie ich es mache kann ich jetzt hier durch ist das denn für eine scheiße hier da sind doch holzbretter audio kaputt nichts kann er ehrlich was habe ich da jetzt gerade gekriegt was ist das wedelring was meinst du mit dem kleinen projekt mein gott wenn man das kaputt stehlen kann ist ja der wahnsinn muss nur sagen würde meint jetzt mit kleinen projekt daraus als spaß machen tun es auf jeden fall also da ich jetzt keinen stress mit sie gerade ich am level das war noch nicht dann gehen wir noch mal weiter da sind doch noch hallo wo auch kaputt schlagen wir kommen ja kommst du ja welchen holz ihr geschnitzt seid ich bin unbesiegbar noch eine flagge darum ist ein altar das ist gut das heißt wir können dir mal ein bisschen blutopfer man immer noch ein bisschen schaden vielleicht mal ein bisschen schaden oder stuf 4 sauber und wir haben wieder ein paar gaben punkte geben punkte wir können wirbelwind und dickes fell freischalten blut im namen des göttervaters ok ich habe momentan ich glaube pro tag sechs folgen sechs videos ich könnte aber trotzdem nebenbei einfach machen dass ich dann jeden Tag um 12 uhr dann freischalten oder so also wer sich dann angucken möchte noch kann ich eigentlich machen soll ich das problem könnte ich tun da das team heute sowieso ein bisschen länger geht wahrscheinlich ich hatte so vor so um die vier stunden zu streamen dann sind es dann mal kurz zwölf folgen wenn bei 20 minuten dann hätte ich ja schon fast zwei wochen also kann man machen also wie gesagt da könnte ich jeden tag um 12 uhr freischalten eine folge und dann ist gut ist machbar schild meint hier man auch abgeruch jetzt hau mal ab eben kackstratzen so wow da musst du schon stärker werden schon besser nur so ein dicken klar was denn sonst au hast du mir doch drauf ins kreuz geschlitzt ey man weg mit dir der kackbratze du auch weg die nieder von meiner macht soll kommen her du konntest mir nicht mal einen kratzer versetzen abgetragene kettenrüstung aha was haben wir denn da wegen geschwindigkeit minus 15 sieht ja schon geil aus ne ja gut du kannst ja danach schön gucken mittags oder so bisher wäre ja nicht das problem nur ich hätte sonst kein slot mehr frei außer noch abends irgendwann oder zwischendrin ich kann auch zwischendrin aber dann beschweren sich die leute wieder auf so viele videos auf einmal komm her du kack aller boh geht doch meine herren ich bin hier schon wieder in summen 4 ein schein danke komm geh an die seite ok also dafür münster frische hier wird das ja nicht lesen kann weil ich da meine meine aufnahme dingen oben drüber ich könnte das eigentlich mal woanders hinstellen ich könnte das eigentlich mal woanders hinstellen meine herren so machen wir auf das platz moment ich stelle immer da hin so oder auf twitch nachschauen klar oder halt wie gesagt auf youtube dann ich sage ich werde ich denke ich werde das dann um 12 uhr raushauen immer immer glaube ich zwar 7 für sieben videos pro tag aber ich habe momentan nichts anderes was ich sonst was jetzt auslaufen würde wo ich sagen würde ja das kann ich dafür nehmen ist denn da nichts in nahe zukunft ende bis jetzt nicht mal eine fleischwunde mal schauen ich muss ja erst mal wieder ändern und schneiden und alles das dauert ja auch noch ein bisschen ich werde ich kann sie niederreißen was er denn da wir haben da vor ich würde mein tschüss von und zwei schäden tot den feinden ulfus kniet nieder vor meiner macht so ihr kommt ein gewicht du vorstuhl allen hässlichen du hast aber du auch 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 mann gewinkt so weil nur irgendwann ich muss auch noch drei flachen haben richtig irgendwo eine flagge übersehen im kampfrausch da übersieht man vieles glaube aber eigentlich nicht oder da lief nur was aber habe ich eine flamme übersehen und eine truhe okay ist ja schon mal etwas einfacher tuniker 14 oder ich muss tatsächlich jetzt in den hafen da rein ich glaube ich muss zu dem hafen jetzt dass wir im baumkopf treten muss sein aggressionsabbau und so dann gehen wir mal zu dem hafen schau doch mal da rein ich muss ja noch drei flocken haben und vier hundemeister die tür auf sehr gut sterben wo soll er kommen hier hallo kleiner drecksboden schütze was kommt da denn hallo hallo oh was haben wir nachgefunden braggis afe ein legendärer gegenstand da war eine truhe im busch versteckt der hat ja ja naja elender hund schnauze wo kriegst du denn die kackeisernen schädel her was ist das denn zu wissen von der hafe hier was ist das bei werk nur bei niedriger gesundheit das heißt wofür achso da bei werk ach das ist das hier wo dieses amulett war nur bei niedriger gesundheit feuerresistenz blut boah cool boah volllegend ausgeschüttet ich hatte schon mal level 4 geht ab wo soll man ein bisschen in den in den bischen kugeln das sind weil da tun sie noch mehr weil sie voller hat das katolp hallo tschüss auch noch mehr hallo ihr kleinen mann auch so blöder kaka einfach mal sterben und du auch danke so rüber hier da kommt die schildmeister na ulle verarschen und stirben mann zahnloses fies oder wieder eingreifen ups sturmfibel auch ein beiwerk nur hämmer ok aua für die ulfung tschüss auf wiedersehen ach so dann doch meiner immer glaube ich ne oh ich kann so was treffen warum hahaha ja scheiße ok lassen wir das und ich ich habe b ich habe über den auch mehr offen aber ich kann doch ja Gott ist dein Problem Olle Mann Puh, da ist noch eine Kiste Ich habe trotzdem nur noch einen und ich finde keine Flagge mehr Was? Hau ab So, kack, warum schützen hier Kann ich dir sogar genau sagen Es gibt einmal den Thor mit 2 Hand Waffen Es gibt den Odin mit dem Stab Also als Magier Es gibt den Tyr Also man muss den Gott auswählen Man ist immer Krieger Der ist 1 Hand Waffe mit Schild Loki sind 2 1 Hand Waffen Und Skati sind Bögen Also kann man so sagen Es gibt einen Duel Wild Also einen Barbar würde ich sagen Dann gibt es einen Tank Also einen mit Schild halt Und dann gibt es noch den Ich sage jetzt einfach mal Krieger Mit einer 2 Hand Waffe Und dann gibt es noch einen Magier und einen Jäger Würde ich so jetzt betiteln Au, 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 au Hey, hey, hey Wann du altes Dreckstück So Weg mit euch So, hier weiter Genau Äh, das ist eine Truhe Äh, das ist eine Truhe Lass mich dahin doch Kann man da oben rein schießen Okay, doch nicht Da ist noch eine Flagge Ich glaube es ja nicht Ja genau Jetzt habe ich 2 mit Schild Ne Guck mal Das ist doch nicht so Das eigentlich schon mehr Hör mal Olle Ja Selbst schuld Komm hier Ah Okay So Dann mal wieder raus hier aus der Ecke Hallo Genau so sehe ich das auch So, einmal wieder aufladen hier So, auch kaputt schlagen hier So Das ist eine Das Kontrollpunkt Prügel geht's Habe ich gesagt Hallo Hoho Sterb Hund Ulfung Ne Ist der Truhe, da wollte ich hin Habe ich genau gesehen Wie will der Maid Okay Ich komme schon und Freunde Ich brauche gar nicht Ich brauche mich nicht in der Ich komme sowieso Scheiße war daneben Aber auch nicht so Alter du brennst Mann du gestückt du Ja genau Da kommt schon wieder so einer Tod meinen Feinden So So War hier oben noch was? Flange? Nö Ah ich kann die durch Also hier spielt man keine Klassen schon Aber in dem Sinne Spielt man eine Gottheit Eine von den nordischen Göttern halt Da unten kann man auch noch hin Ach da war ich doch War doch hier wo der Ja Okay Wo arbeitest du denn? Müsste ich ja dann erstmal wissen Ja mach doch Kaputt Danke Boah immer noch zwei eiserne Schäle Du den feinden Ulf um Mann stirb du Ich habe bis jetzt eine Nause Kiste gegrapscht